Nach einer erfolgreichen Saison als Leihgabe beim Karlsruher SC ist Igor Matanovic bereit, beim Eintracht Frankfurt zu glänzen. Trainer Dino Topmäler hat großes Lob für den jungen Stürmer. Derzeit bereitet sich der Eintracht Frankfurt in den USA auf die neue Saison vor und die Social-Media-Abteilung des Vereins hält die Fans und Journalisten mit täglichen Trainingsvideos auf dem Laufenden. In letzter Zeit stand Igor Matanovic im Mittelpunkt, indem er seine Fähigkeiten und Präzision bei Kotzballtoren und eiskalten Abschlüssen zeigte. Matanovic, der mit neuem Selbstvertrauen aus Karlsruhe zurückgekehrt ist, nachdem er 14 Tore erzielt und sieben Vorlagen gegeben hatte, zeigt nun seinen Wert. Dino Topmäler lobte die Leistung des jungen Spielers seit dem ersten Trainingstag und hob seine beeindruckende Form und solide Leistung in den Testspielen gegen Heusenstamm und FC Juarez hervor. Der Trainer erkannte zwar Verbesserungsbedarf, beispielsweise bei der Beisicherheit in schwierigen Situationen, sieht jedoch klares Potenzial in Matanovic und bezeichnete ihn als definitiv eine ernsthafte Alternative für die erste Mannschaft. Topmöllers Motivation für Matanovic ist offensichtlich. Er hob ein beeindruckendes Tor im Training hervor, das die Ruhe und Präzision des Stürmers demonstrierte. Der Trainer betont die Bedeutung der Ruhe unter Druck und der richtigen Entscheidungsfindung, Eigenschaften, die Matanovic schnell entwickelt. Sportdirektor Markus Krösche, der Matanovic 2021 vom FC St. Pauli verzlichtete und ihn für zwei Jahre an den Verein zurückverlieh, sah immer das Potenzial im jungen Spieler, der Hauptstürmer von Frankfurt zu werden. Die Entscheidung, ihn an den KSC zu verleihen, erwies sich als richtig und nun hat Matanovic die Chance, sich in der starken Offensivlinie von Eintracht zu etablieren und mit Spielern wie Hugo Ikitike und Omar Mamouche zu konkurrieren. Mit einem vielversprechenden Comeback und dem Vertrauen des Trainerteams ist Matanovic bereit, einen erheblichen Beitrag zum Erfolg von Eintracht Frankfurt in der kommenden Saison zu leisten. Adler Träger, erzähle mir in den Kommentaren. Glaubst du, dass Matanovic die Lösung ist, die Eintracht braucht? Ja oder nein? Vergiss nicht ein Like dazulassen, um deine Unterstützung für den Lieblingsverein zu zeigen und abonniere den Kanal, indem du die Glocke aktivierst, um immer benachrichtigt zu werden, wenn ein neues Update-Video erscheint. Ich sehe dich im nächsten Video.